Servus miteinander. Ja, wir sind hier an einem besonderen Platz. Heute stelle ich euch nämlich eine ganz besondere Pizza vor. Die Pizza Kilometro Zero. Null-Kilometer-Pizza. Was konnte es sein? Die Möglichkeit in Italien, also der wird schon käme. Ciao, Pernissimo, tutto ok? Benvenuti nel mio Ristorante. Pizza Kilometro Zero. Che cos'è? A me che, è una cosa semplicissima. Noi andiamo a prendere la nostra materia prima per fare la nostra pizza nei campi dei nostri contadini. Ganz easy, meint er. Wir gehen zusammen zum Bauern aufs Feld und holen uns unser Korn. Ja, grüß euch. Der Oliv Michi im Kornfeld. Alles, was hier wächst, ist super biologisch und wird zum Pizzamachen hergenommen. 2014 hat er mit der Idee angefangen. Siamo partiti perché eravamo spinti dal desiderio di recuperare sapori. Die Sehnsucht war so groß, alte Geschmäcker wiederzufinden. Die unterscheiden tatsächlich beim Pizzamachen, welches Körnl wird zu was genommen. Das ist der Wahnsinn. Also wenn die gut mit den Guten zusammenarbeiten, was soll denn da rauskommen? Der hat einen Backofen, das ist ja der Irse. Der dreht sich ja innen alles. Kleine hübsche Brüstchen. 48 Stunden lang darf der Teig ruhen. Ich habe ja so einen wahnsinnigen Hunger, also jetzt langsam. Tomate Kilometer Null. Die Mozzarella kommt von einem Bauern und dieser Bauer wiederum macht die Mozzarella nur mit der besten Milch von einer Kuh. Mit den kleinen Tometchen und dem schönen Mozzarella, schön alles Kross und mhhh, dann wird sie rausgeholt. Da ist sie! Wunderbar! 있 Besiktos! Das ist ja das. Ciao ragazzi! Ciao! No, ich habe scheiße. Dich seit ich hatte. Dich sind ein biologischer? Du bist ja das. Dich war ja. Wir haben uns in Wirkung. Andreas? Diego? Die haben wir mit den Marco? Dich war ja? Solito posto! Francesco! Der Wahnsinn! Null Kilometer! Fürst euch, lasst mich in Ruh!